Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Montag, der 6. November 2017. Ihr hört die Geek Talk Daily 245 und nicht ganz wie angehündigt vom Jan mit dem Achim, sondern diese Woche noch mit mir. Aber nach zwei Wochen Dauer Geek Talk Daily, da kommt ein bisschen was zusammen. Besten Dank an der Stelle, Jan, und ich würde sagen, wir starten mit den folgenden Themen. Facebook bei 2 Milliarden, Facebook-Umfragen, 5 Jahre Surface, Debit Mastercard, Amazon Fresh, 0% Finanzierung, Herderringe, Apple am Ende und nichts mehr? Ach doch, ein bisschen iPhone X natürlich. Dann würde ich sagen, beginnen wir mal. Bei Facebook gab es Quartalszahlen, wie so bei vielen anderen Firmen. Und im dritten Quartalszahl hat Facebook 1,37 Milliarden aktive Nutzer täglich registriert. Insgesamt seien in dem Monat sogar 2,07 Milliarden Menschen eingeloggt worden. Oder haben sich eingeloggt, besser gesagt. Das sind 16% als ein Monat davor. Oder besser gesagt, ein Quartal davor. Ist schon, ja, Vorjahresquartal. Das war das richtige Wort. Ist schon heftig. 10 Milliarden nimmt man an Werbung ein. Vor allem mobil. 88% davon werden mobil eingenommen. Also, ich kann sagen, ich klicke da auch das eine oder andere Mal auf eine Werbung drauf. Weil, ja, mittlerweile, die mich ziemlich gut tracken an Janet. Und sie wissen, was ich möchte. Und deshalb, ja, wieso nicht soll funktionieren? Der Herr darf auch ein bisschen was verdienen. Dann gehen wir rüber zu einem Feature, was es mal gab. Bei Twitter auch. Twitter gibt es immer noch. Wir machen ja immer wieder auf dem atgeektalk.ch Account Umfragen. Und das Gleiche gibt es jetzt eben wieder zurück bei Facebook. Die waren mal da und sind verspunden. Jetzt sind sie wieder da. Wir hoffen, sie bleiben. Denn so kleine Umfragen zu starten, wenn irgendwas Aktuelles passiert oder irgendwas wir wissen möchten aus der Sendung raus etc. Ist immer sehr praktisch. Und wie gesagt, jetzt auch wieder bei Facebook möglich. Da werden wir sicherlich das eine oder andere Mal unter Hashtag GT-Umfrage etwas an euch stellen. Besten Dank schon im Voraus fürs Teilnehmen daran. Fünf Jahre ist es her, seit das Surface das Licht der Welt erblickt hat. Wie die Zeit vergeht? Unglaublich, dachte es sei nicht so lang, aber anscheinend. Doch, wenn ich zwar die ganzen Versionen zurückzähle. 4, 3, 2, 1. Macht eigentlich Sinn, dass es schon fünf Jahre sind. Gratulationen Microsoft. Und das Schöne, wie man hört, Gerüchte sagen immer wieder was anderes. Aber zumindest die Macher oder die Herren dahinter, die sagen, dass es das Surface auch noch weiterhin geben wird. Weil sie möchten die besten Computer zu demjenigen Betriebssystem, was sie betreiben, machen. Und da, ja, haben sie sicherlich coole Arbeit geleistet. Dann gehen wir eins weiter. Eine Debit Mastercard. Etwas, was mich stört an Kreditkarten, ist ja eben der Kredit, den man da bekommt oder gewährt oder nimmt oder wie auch immer. Mit Debit Mastercard möchte man das Ganze drehen. In den Staaten gibt es das ja schon länger. In Deutschland ist das Ganze jetzt gestartet bei einer Sparkasse. Und zwar Sparkasse von Siegen. Wo auch immer das ist. Ich werde nochmal die Karte anschmeissen und nachschauen. Wenn es einen Kunden höher von uns da betrifft und er da drin ist, unbedingt mitteilen, wie das läuft, wie das funktioniert. Würde mich echt Wunder nehmen. Sowas möchte ich auch. Das würde bei mir die Pre-Pay-Karte ablösen. Und dann dürfte sie natürlich Samsung Pay, Apple Pay etc. fähig sein. Das wäre noch deutlich besser. Dann Amazon Fresh. Ihr kennt es, wir haben es immer wieder mal bei uns in den News und auch hier in den Daily-Folgen. Lebensmittel über Amazon bestellen. Hat ja vor über 10 Jahren schon in den Staaten begonnen. Diesem Sommer hat man ja Amazon Wallfoods aufgekauft. Und jetzt gehen sie langsam ein. Also die Amazon Fresh-Geschichte sterbselt immer ein bisschen mehr zurück. In diversen Regionen über die ganzen Staaten verteilt werden da Angebote eingestellt oder zurückgezogen. soll anscheinend kein Zusammenhang mit dem anderen auf Kauf haben. Aber ja, mal schauen. Wir dürfen gespannt bleiben. Und vor allem sichtlich der eine oder andere unter euch wird hoffen, dass es das auch bei euch bald mal gibt. Ich würde mich auch freuen, wenn mein Brack mir hier in der Schweiz auch noch Essen nach Hause bringen würde. Das wäre toll. Dann will sich Amazon Rechte sichern und zwar an der Serie. Nicht eine Serie, sondern Herr der Ringe. Die grosse Trilogie. Die Serie soll sich an der Trilogie anlehnen. Und eben, Amazon ist da ganz am Anfang mit dabei und will sich da die Rechte sichern. Beim einen oder anderen bin ich mit dabei. Ich habe ja bei Netflix auch viele Serien von da, wo ich vorher schon den Film oder die zwei, drei Filme, die ich dazu gebe, gesehen habe. Bei gewissen denke ich einfach, ja, wäre nicht unbedingt nötig gewesen. Was denkt ihr? Wie ist es bei euch? Herr der Ringe als Serie? Wäre das etwas? Schaut ihr das? Gerne in die Kommentare oder über Social Media. Dann bleiben wir noch bei Amazon. Denn die probieren jetzt was, was andere schon länger anbieten. Sei es Mediamarkt und Saturn etc., wie die ganzen Konsorten da heissen. 0% Finanzierung. Das heisst, man kann ein Produkt jetzt kaufen, bekommt es geliefert und zahlt es dann in Raten zurück. Bei Amazon ist es 5 Raten ohne Prozent. Zum Beispiel den Amazon Echo der zweiten Generation, der Euro 99,99 kostet, kann man in 5 Raten an 20 Euro kaufen. Kann gut sein, aber eben, da sind wir wieder bei diesem Kredit von vorher, kann auch negativ sein. Zumindest ist es 0% Finanzierung, aber dennoch vorsichtig damit, würde ich doch sagen. Und zu guter Letzt habe ich euch, am Freitag ist es ja endlich gestartet, dieses iPhone X und es wurde auch fulminant verkauft. Wenn man so den ersten Berichten und auch den Bericht bei uns auf dem Pogipsi.ch-Blog, der M-Lot beigesteuert hat, Add M-Lot mit Bindestrich, also Underscore dazwischen, unser Social Media her beigesteuert hat. Scheint ein richtiger Erfolg gewesen zu sein. Auf MacPrime.ch haben wir ein Video verlinkt, wo Apple ein Guided Tour zum neuen iPhone macht, wie man das Ganze bedient etc. Ist ja ein bisschen anders als gewohnt in den letzten 10 Jahren, mit Homebutton und allem drum und dran. Ich glaube, das war es schon an Themen, die ich heute für euch mitgebracht habe. Ich danke mich vielmals, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr mich die Woche wieder begleitet. Und ja, euch einen wunderschönen, vor allem erfolgreichen Tag. Wir hören uns morgen am Dienstag wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.